Minecraft! Ja, liebe Leute, weiter geht's! Lasst alles stehen und spielt Minecraft! Yeah! Ja, ich denke mal, unser Haus... Ich brauch einfach ein bisschen Abwechslung. Ich komm hier einfach nicht mehr weiter und deswegen... ...würde ich sagen... ...gehen wir mal wieder in ne Höhle, ne? Das ist jetzt, glaub ich, mal wieder dran. Es ist jetzt Zeit für... Gut, jetzt ist die Frage, was lassen wir alles hier? Jetzt müssen wir alles nochmal aufräumen. Ich bin fast dabei, noch eine Truhe zu machen. Was wir mit dem Dach machen, keine Ahnung. Wir haben ja schon ein paar Truhen, ne? Jetzt baller ich hier einfach mal Holz, Holzplatten, Pflasterstein... ...baller ich jetzt hier einfach mal alles rein. Brauchen wir jetzt ja nicht. Die sollten wir noch mitnehmen. Die Ho... Ja... ...Früstung ist noch okay. Ja, ist noch okay. Was zu essen nehmen wir uns noch mit und dann geht's ab in ne Höhle, mein Lieben. So, rein hier. Was zu essen, genau. Was nehmen wir uns denn mal mit? Ich würd sagen, wir nehmen uns die Brote mit. So, oder wohl... Ach, wir nehmen uns hier ein paar Steaks mit. 23 Stück, alles klar. Fackel 29, das dürfte erstmal reichen. Wir gehen... Wir gehen wieder in die Höhle da hinten. Gehen wir ruhig auch wieder in die Reihen. Da war ja noch ne Menge, was wir nicht erforscht haben. So, da sitzt jetzt aber auch grad ne Höhle. Da drüben. Aber da waren wir, glaub ich, schon mal drin, ne? Wenn ich mich recht erinnere, waren wir da schon drin. Das heißt, ähm... Wir gehen doch hier rüben rein. Weil's ich da noch hin bin, aber müsste ja eigentlich die gleich sein, ne? So, da geht's rein. Genau. Hier ist die Erdspalte. Da müssen wir auch irgendwo unser kleines Häuschen stehen. So, rein hier. Zack, wach, zack. Genau, da ist es. Da müssen wir rein. Da ist noch Kohle und Eisen, aber das ist jetzt erstmal unsichtig. Sie gehen hier rein. Was soll denn hier noch drin ist? Alles klar, dann gehen wir mal raus. Sieht gleich eine Spinne. Okay. Hier sind wir in die Luft geschlungen, letztes Mal. Und da ist ne Spinne. Und ein Creeper. Ja, super. Boom. Das geht hier gleich mal super los, ja. Ach du Scheißen-Dreck. Kam da einfach mal so ein Creeper raus, ne? Meine Güte. Okay, wir bewegen uns heute mal hier lang. Oder? Oh, ich hasse Höhlen. Wusstet ihr das? Ich hasse Höhlen. Nicht oft, wie ich das schon gesagt hab, ne? So, da ist Eisen. Wir hatten uns ja schon mal lang gebaut. Ich erinnere mich. So. Ähm. Da ist ein Zombie. Da geht's rein. Und da ging es weiter. So. So. Die Frage, ist da was oder ist da nichts? Oh. Gravel ist hier auf jeden Fall. Aber ich glaub, da ist erst mal soweit nicht. Gehen wir hier mal hin. Machen wir das Wasser zu. Gold. 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 Gold und Lapis. Da sind Fackeln. Wieso sind da denn Fackeln? Waren wir hier schon mal? Wieso sind da Fackeln? Gold. 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 Und noch mehr Gold. Alles klar, jetzt sind wir hier. Haben wir jetzt noch Eisen? Können wir auch gleich mal rausschlagen. Ja, kommen wir da an. Ja, ja, ja. Aber da nicht mehr. Mal kurz ausläufen hier unten. Scheint es auch noch weiter zu gehen. Vielleicht holen wir uns jetzt mal das Eisen aus der Decke, wenn wir da rankommen. Scheint aber nicht so nach aus, aber so kommen wir da ran. Nicht. Ach ja. Wie ich Höhlen noch hasse. Wir haben mal das Eisen aufgesammelt und da unten würde ich gerne hin. Weil hier unten finden wir garantiert irgendwo Diamant. Die Erde hier mal mitgenommen. So, da ging es doch jetzt auch eben irgendwie weiter, oder? Da oben. Geht es da weiter? Da geht es weiter. Das Eisen, das Laphis, da würde ich ganz gerne in die Firma reingehen. Äh, so. Alles klar. Gucken, was uns da erwartet. Aber ich glaube gar nicht. Außer, dass ich einen Zombie höre. Ziemlich nah sogar. Hier ist er aber nicht. Okay. Gucken. Also, dass wir hier mal einigermaßen sicher sind. Das Ganze ist nicht so. Geht von hier hin. Hier waren wir schon mal. Hier kann ich mich überhaupt nicht dran ändern. Vor allem, es ist dann noch dunkel. Das ist aber hell. Das ist aber hell. Noch ne Zombie Ach du meine Güte Wo geht es denn da bitte hin Leute was ist das denn hier bitte Was ist das denn hier bitte Alter Was ist das denn hier bitte Da unten ist Lava Da unten ist Lava Lava Und Redstone Ja Vor allem ist es da dunkel Ich weiß nicht ob da was ist oder nicht Was ist das denn hier Ah ist nix Hier glaube ich ein Skelett Glaube ich Ich weiß es nicht genau Vor allem glaube ich dass wir ihn nie wieder rausfinden werden Vor allem weiß ich nicht ob es da oben weiter geht Ach Da oben geht es weiter und ich glaube da oben ist das Skelett Ach Das ist doch dumm Hab ich es eben schon gesehen Hab ich es eben schon gesehen Da ist es Ja Beziehungsweise da war es Die Frage Geht es natürlich weiter Ja Ja fast klar Ja das nächste Skelett Ach ja Au Geht es auch weiter Diamanten 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 Wir haben Diamanten. Ja, die hat die Diamanten. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie wir wieder rausfinden. Gar keine Ahnung, liebe Leute. Wie wir hier wieder rausfinden. Aber Redstone können wir uns mitnehmen. Super. Der Rotstein. Ja, liebe Leute. Redstone ist angesagt. So, was habe ich hier denn noch schönes? Die Station ist ja ziemlich sicher, glaube ich. Erstmal. Da wollte ich gerade da runter springen. Na. Von wegen, da ist es sicher. Was ist denn das da bitte? Geht's da einfach mal weiter? Ja, unerhört. Geht's da oben einfach mal weiter? Ach ja. Ich glaube aber, ich weiß, wie ich denke. Und zwar hier. Da ging's auch noch weiter. Ah, okay. Bei dir können wir uns jetzt noch rüberbuddeln, oder? Ich glaube, es müsste gleich Nacht werden. Ich muss sagen, bevor wir uns das, bevor wir das jetzt morgen erkunden. Ähm. Buddeln wir uns hier mal ein. So, hier kann uns nichts passieren. Und dann geht's morgen in dieser Stelle mit schon fünf Diamanten weiter. Alles klar, bis morgen. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018